Helmut Karl Bernhard von Moltke, eigentlich Helmut von Moltke d. E. genannt, der große Schweiger, war ein preußischer Generalfeldmarschall und Chef des Generalstabes. In dieser Funktion hatte er maßgeblichen Anteil an den Siegen in den drei Einigungskriegen. Er war auch als Schriftsteller tätig. Leben. Helmut von Moltke stammte aus altem mecklenburgischen Adel. Er war der Sohn des späteren dänischen Generalleutnants Friedrich Philipp Viktor von Moltke und dessen Ehefrau Henriette Sophie, geborene Paschen. 1801-1803 lebte die Familie auf Gutknewitz, zog dann nach Lübeck. Nachdem der Vater 1806 in den dänischen Militärdienst getreten war, sorgte er auch dafür, dass seine drei ältesten Söhne 1811 als Kadetten an der Kadettenakademie in Kopenhagen Aufnahme fanden. Helmut von Moltke wurde am 20. Januar 1818 zum Selkon der Leutnant befördert und diente im dänischen Infanterieregiment Oldenburg in Rendsburg. Moltke erwies sich als Talent und hatte große Ambitionen. Er bemühte sich um Aufnahme in die preußische Armee. Mit dieser Bitte wandte er sich persönlich an den dänischen König Friedrich VI. Seiner Bitte wurde im Januar 1822 stattgegeben, weil man annahm, dass er wieder mit internationaler Erfahrung in den dänischen Dienst zurückkehren werde, doch in Preußen boten sich ihm ganz andere Möglichkeiten. In Frankfurt trat er als Selkon der Leutnant in das 8. Infanterieregiment der preußischen Armee ein. Er besuchte von 1823 bis 1826 die Allgemeine Kriegsschule und wurde 1833 in den großen Generalstab berufen. Dort war Karl von Klausewitz einer seiner Mentoren. 1835 erhielt er Urlaub für eine Bildungsreise in den Südosten Europas. Auf Wunsch des Sultans des Sosmanischen Reiches wurde er von 1836 bis 1839 als Instrukteur der türkischen Truppen abkommandiert. In dieser Zeit bereiste er Konstantinopel, die Schwarzmeerküste, das Taurusgebirge und die Wüste von Mesopotamien und nahm 1838 an einem Feldzug gegen die Kurden teil. Im April und Mai 1837 begleitete er Sultan Mahmud II. auf dessen Reise in die Donaufürstentümer. Er plante dort unter anderem eine Verteidigungslinie gegen die Russen. Nach seinen Plänen wurden vier Festungen entlang der Donau erbaut. Eine davon ist die Festung Silistra. 1838 fühlte sich das Sosmanische Reich stark genug. Den Kampf gegen die ägyptischen Truppen Mehmed Ailes unter dessen Sohn Ibrahim Pasha in Syrien wieder aufzunehmen. Moltke beteiligte sich an diesem Feldzug und wohnte der entscheidenden Niederlage der Türken in der Schlacht von Nizib am 24. Juni 1839 bei. Zum kranken Mann am Bosporus meinte er. Chef des Generalstabs nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde Moltke zum Major befördert und 1846 Adjutant des Prinzen Karl Heinrich von Preußen in Rom. Nach dessen Tod wurde er zum Generalkommando am Rhein versetzt. Von 1849 bis 1855 war Moltke Chef des Generalstabs des J.V. Armeekorps und ab 1856 Adjutant von Kronprinz Friedrich Wilhelm. Er wurde am 29. Oktober 1857 im Range eines Generalmajors mit Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs des Generalstabs der Armee beauftragt und am 18. September 1858 in der Dienststellung des Generalstabschefs bestätigt. In seiner Eigenschaft erhielt er 1862 den Auftrag, einen Plan für den Fall eines Krieges gegen Dänemark auszuarbeiten. In Kenntnis derer Stärken und Schwächen entwickelte Moltke einen Plan. Aus dem durch die Reformen während der Befreiungskriege geschaffenen Generalstab wurde spätestens mit der Kabinettsorder König Wilhelms I. vom 2. Juni 1866 ein Zentrum des militärischen und auch politischen Einflusses. Moltke wurde zum General ernannt und erhielt als Chef des Generalstabs das Recht. Dem Feldherr im Namen des Königs direkt und ohne Vermittlung des Kriegsministers Befehle zu erteilen, sodass er militärische Operationen unmittelbar selbst leiten konnte. Dieser gestiegene Einfluss kam in der nach der deutschen Reichsgründung üblichen Bezeichnung großer Generalstab zum Ausdruck. Moltke galt als genialer Stratege und war in leitender Verantwortung maßgeblich an der Ausarbeitung der Pläne für den deutsch-dänischen Krieg. Den deutschen Krieg gegen Österreich, Sachsen, Hannover und Kurhessen und den deutsch-französischen Krieg beteiligt. Dabei erkannte er früh die Bedeutung strategischer Bahnen für den Aufmarsch großer Heere. Die entscheidende Schlacht bei Königgrätz gegen Österreich führte Moltke persönlich. Nach den siegreichen Kämpfen gegen Frankreich erhielt er am 28. Oktober 1870 den erblichen Titel eines Grafen und am 16. Juni 1871 die Ernennung zum Generalfeldmarschall. Er blieb bis zu der aus Altersgründen erbetenen Verabschiedung am 9. August des Dreikeiserjahres 1888 in der Dienststellung des Chefs des Großen Generalstabs. Für seine Verdienste in den Kriegen 1866 und 1870-1871 erhielt er hohe Dotationen. Moltke war ab 1867 als Angehöriger der konservativen Partei Mitglied des Norddeutschen bzw. Deutschen Reichstags und war ab 1881 dessen Alterspräsident. Ab 1872 war er auch Mitglied des Preußischen Herrenhauses. Moltke und Bismarck gelten als Schmiede der Reichseinigung von 1871 Moltke aus militärischer und Bismarck aus politischer Sicht. Obwohl Moltke ab 1871 emidiert Recht beim Kaiser hatte und damit faktisch die Möglichkeit, militärische Entscheidungen zusammen mit dem Oberbefehlshaber unter Ausschluss von Reichstag und Kanzler zu treffen, war er stets bereit, sich dem von Bismarck geforderten Primat der Politik zu unterwerfen. Noch in seiner letzten Reichstagsrede, die er als fast 9-0-Jähriger am 14. Mai 1890 hielt, warnte er eindringlich vor einem neuen Krieg in Europa mit den Worten. Tonaufnahmen Moltke angefertigt im Oktober 1889 gehören zu den wenigen bis heute überlieferten Aufnahmen von im 18. Jahrhundert geborenen Menschen. Moltke begriff die Strategie als ein System von Aushilfen. Wegen der vielen Unwägbarkeiten im Krieg hielt er nur den Beginn eines Feldzuges für planbar. Kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus. Daher sah er seine Aufgabe. Vor allem in der umfassenden Planung der militärischen Auseinandersetzung unter Ausnutzung aller technischen Möglichkeiten. Den Unterführern gewährte er weitgehende Handlungsfreiheit in der Durchführung des Kampfauftrages. Mit diesen Prinzipien wurde Moltke in seiner Zeit zum Vorbild in der Führung moderner Massenheere. Die Auftragstaktik gilt auch heute als eine Stärke in der Führungsstrategie, die von der Bundeswehr, besonders vom Heer, gepflegt wird. Familie Moltke heiratete am 20. April 1842 die aus Itzehoe stammende Marie Byrd, eine angeheiratete Tochter seiner Schwester Auguste. Moltke hatte in Schlesien das Gut Kreisau als Alterssitz erworben. Dort errichtete er für seine Frau, die am 24. Dezember 1868 im Alter von 43 Jahren früh verstorben war, ein Mausoleum am Kapellenberg. Das noch heute zu finden ist, Moltke starb 1891 in seiner Dienstwohnung im Alsenviertel nördlich des Königsplatzes in Berlin. Der Bildhauer Otto Lessing nahm im Auftrag der Heeresleitung die Totenmaske und Abdrücke der Hände ab. Auf Grundlage dieser Abformungen schuf Lessing bis 1894 eine Halbfigur Moltkesch aus Marmor. Moltke wurde im Mausoleum auf Gut Kreisau beigesetzt. Seine Gebeine gingen am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 verloren. Moltke war Onkel des preußischen Generalobersten und Chefs des Generalstabes Helmut Johannes Ludwig von Moltke und Urgroßonkel des Widerstandskämpfers Helmut James Graf von Moltke Orden Wie Otto von Bismarck war Moltke einer von nur vier Trägern beider Klassen des Purlimerit. Die Rang- und Quartierliste der königlich-preußischen Armee für 1884 verzeichnet folgende Orden und Ehrenzeichen. Preußische Dienstauszeichnung Rettungsmedaille am Bend Großkreuz des Roten Adlerordens mit Eichenlaub und Schwertern Kronenordnie Klasse mit Schwertern am ehemalige Bend des Roten Adlerordens und mit Eichenlaub Purlimerit Großkreuz mit Stern mit Eichenlaub mit der Krone mit Brillanten Purlimerit für Wissenschaften und Künste Ehrenkommendator des Johanniterordens Schwarzer Adlerorden mit der Kette und Brillanten Militärverdienstkreuz I. Großkreuz des Ordens der Württembergischen Krone am 23. März 1869 Österreich-Ungarn Großkreuz des St. Stephansordens Orden vom Weißen Adler Russischer Orden des Heiligen Georg II. Russischer Orden der Heiligen Anna I. Klasse Osmanisches Reichnischen I. Imtiges Orden mit Brillanten Medjidi Orden I. Klasse Ehrensebel Annunziatenorden Großkreuz des Turm- und Schwertordens mit Kette Königlicher Seraphinenorden Großkreuz des Weißen Elefantenordens Ehrungen Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften Erhebung in den erblichen Preußischen Grafenstand Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg Moltke In vielen anderen Städten sind Straßen, Plätze und Brücken nach ihm benannt worden. Wobei diese Bezeichnungen teilweise auch wieder rückgängig gemacht wurden, z.B. in Wien zu Dünorgasse Guinea gab am 10. Dezember 2012 eine Briefmarke heraus, die Moltke und eine Preußische Bahn G12 zeigen Ehrenbürger Aachen, München Worms am 23. Dezember 1870 Werke Zwei Freunde 1827 Briefe über die Zustände und Begebenheiten in der Türkei 1835 bis 39 1841 Neuere Auswahl mit einer Einleitung von Max Horst Briefe aus der Türkei Albert Langen Georg Müller Verlag München 1938 Der russisch-türkische Feldzug 1828 bis 29 1845 Briefe aus Russland Berlin Berlin Pertel 1877 Wanderbuch Handschrift Aufzeichnungen aus D Reisetagebuch Berlin Pertel 1879 Gesammelte Schriften und Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarschalls Grafen Helmut von Moltke Acht Bände Mittler Berlin 1891 FF Bd 1 Zur Lebensgeschichte Bd 2 Vermischte Schriften Bd Bd 4 Briefe An seine Mutter und an seine Brüder Adolf und Ludwig Bd 5 Briefe des Generalfeldmarschalls und Erinnerungen an ihn Bd 6 Briefe An seine Braut und Frau Bd 7 Reden Bd 8 Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839 1893 Moldke Aufzeichnungen Briefe Schriften Reden 1922 Max Horst Moldke Leben und Werk in Selbstzeugnissen Dieterichsche Verlagsbuchhandlung Leipzig 1931 Denkmäler 5 5 6 5 6 Vielen Dank.